Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Hektische Schlussphase in Frankfurt. Werder Bremen holt Punkt trotz zweier Platzverweise. FC Bremen holt nach intensivem Kampf gegen Frankfurt ein Remis. In einer intensiven Partie am Freitagabend hat der FC Bremen gegen Frankfurt einen hart umkämpften Punkt erzielt. Trotz eines starken Frankfurter Teams konnte Bremen durch Entschlossenheit und taktisches Geschick eine Niederlage abwehren. Die Partie startete sehr dynamisch, wobei Frankfurt in den ersten Minuten die Oberhand zu haben schien. Sie dominierten das Spielgeschehen und konnten mehrere Chancen kreieren, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Bremer Abwehr konnte jedoch standhalten und die Partie ohne Gegentreffer in die Halbzeit bringen. In der zweiten Hälfte erwachte der Kampfgeist des FC Bremen. Trotz des anhaltenden Drucks der Frankfurter verteidigten sie leidenschaftlich und schafften es sogar einige Torchancen zu konstruieren. Unterm Strich bleibt ein Remis, das sich eher wie ein Sieg für die Bremer anfühlt. Mit diesem einen Punkt können sie sich vorerst von den Abstiegsplätzen distanzieren und in der Tabelle wieder etwas Atem holen. Frankfurt hingegen wird das Spiel wohl als verpasste Chance sehen, um in der Tabelle weiter aufzusteigen. Es bleibt spannend zu sehen, ob Bremen diese Dynamik in den kommenden Spielen beibehalten kann und ob sich Frankfurt von diesem kleinen Rückschlag erholen wird. Verfasserin Anita Farke, Freitag, 5. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.